Nicht alle wollen für ihr Land kämpfen. Mehrere tausend junge Ukrainer haben seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs versucht, sich dem Wehrdienst zu entziehen. Wie die ukrainischen Grenztruppen mitteilten, wurden knapp 12.000 Männer bei dem Versuch gefasst, die Grenze illegal in Richtung westliches Ausland zu überqueren. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Zelensky dem deutschen Bundeskanzler für seine Unterstützung nach dem Überfall durch Russland gedankt. In einem auf Deutsch verfassten Tweet honoriert Zelensky unter anderem deutsche Waffenlieferungen, die G7-Präsidentschaft mit Ukraine-Fokus und die Aufnahme von einer Million Ukrainerinnen und Ukrainern. Danke für die Zeitenwende, Herr Bundeskanzler, schreibt er weiter auf seinem Twitter-Account. Außerdem kündigte Zelensky einen weiteren Ausbau der ukrainischen Luftabwehr an. Sie werde noch stärker und noch effektiver. Vielleicht werde sie auch die stärkste in ganz Europa, ergänzte er mit Blick auf die angekündigte Patriot-Batterie aus den USA. Der ehemalige außenpolitische Berater von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, Christoph Heusgen, hat Fehler in der Russland-Politik während seiner Amtszeit angeräumt. Zwar sei durch die Pipeline Nord Stream 2 nie Gas geströmt, sie sei dennoch im Nachhinein gesprochen ein Fehler gewesen, sagte Heusgen der Welt am Sonntag. Das ist ein Kicker, der ersten witcher Änderung war, ist noch nicht gekommen, als auch an der Russland-Politik während der Russland-Politik. Ich habe das Projekt dann schon mit der Russland-Politik, die in der Grünen zu bringen in der Russland-Politik. Das hat sie durch die Wahrheit gemacht. So ich habe das Projekt dann schon mit der Russland-Politik. Ich habe das Projekt dann schon mit der Russland Văn